Joost Meier, bin geboren in Münster und 40 Jahre alt und lebe seit 20 Jahren in Aachen. Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Plastik an der Fakultät für Architektur. Hier arbeite ich in Forschung und Lehre. In der Lehre arbeiten bei mir Studierende in Stein, schlagen Steinskulpturen hier im Steinhof oder modellieren mit Ton und Gips, zum Beispiel Selbstporträts. In der Forschung beschäftige ich mich mit dem Transfer manueller Gestaltungsmethoden in die digitalen Techniken am Rechner. Außerdem bin ich Bildhauer und arbeite hier in Aachen. Zurzeit läuft meine Ausstellung Irgendwas mit Fischen im Raum für Kunst in der Elisengalerie. Da sind zu sehen Hammerhaie, Rochen und Mondfische, die in diesem Raum zu schweben scheinen. Der ganze Raum wird dadurch zum Aquarium und man hat als Besucher die Möglichkeit, dazwischen sich treiben zu lassen und die Objekte sich anzusehen. Wenn ihr Lust habt, seid ihr herzlich eingeladen, da gucken zu kommen. Der ganze Raum ist mit Fische Musik im Raum! Untertitelung. BR 2018